Dominik Thiem gewinnt sein erstes Spiel nach der Corona-Pause, Baumgartner schießt Hoffenheim zum Sieg und in der Formel 1 wurde die Budget-Obergrenze beschlossen. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Beim dritten Versuch spielt nun endlich auch das Wetter mit und Dominik Thiem kann 96 Tage nach seinem letzten Tennis-Match endlich wieder spielen. Thiem besiegt am ersten Spieltag Lukas Miedler bei der Generali Austrian Pro Series in der Südstadt. Der Sieg gelingt ihm ohne große Mühe in zwei Sätzen mit 6 zu 1 und 6 zu 2. Damit übernimmt er die Führung in der Gruppe A. Bereits heute um 16 Uhr geht es für unsere Nummer 3 der Welt weiter gegen den 20-jährigen Sandro Kopp. In der Gruppe B schlägt Jürgen Melzer gestern in einem packenden Spiel Juri Rodionov in drei Sätzen mit 6 zu 4, 1 zu 6 und 7 zu 6. KRONE.at hält sie natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden. TSG Hoffenheim besiegt gestern in der Deutschen Bundesliga dank des U21-Teamspielers Christoph Baumgartner den 1. FC Köln mit 3 zu 1. Der 20-jährige Niederösterreicher erzielt dabei die ersten zwei Tore und bereitet den dritten Treffer sehenswert per Ferse vor. Neben dem Mann des Abends spielten für den TSG auch die ÖFB-Legionäre Florian Grillitsch und Stefan Posch von Anfang an. Beim 1. FC Köln wurde Florian Kainz eingewechselt. Er erzielte in der 60. Minute den Anschlusstreffer, welcher für die Domstädter aber trotzdem zu keinem Punktegewinn hilft. RB Leipzig hingegen verpasst den Sprung auf Platz 2. Unser ÖFB-Trio mit Kapitän Marcel Sabitzer, Konrad Leimer und Hannes Wolf kommt zu Hause nicht über ein 2 zu 2 gegen Hertha BSC hinaus. Das Spitzenspiel vom Dienstag zwischen Borussia Dortmund und Bayern München sorgt noch immer für Schlagzeilen. Nachdem TV-Experte Lothar Matthäus in die Aussagen von Dortmund-Trainer Lucien Favre den Rücktritt hinein interpretiert, schießt der BVB-Coach nun zurück und findet die Worte von Matthäus unglaublich und inakzeptabel und stellt klar, dass er glücklich ist in Dortmund und auch nächste Saison noch unbedingt auf der Bank sitzen will. Der gestrige Verhandlungstermin im Senat 1-Verfahren der österreichischen Bundesliga gegen den LASC dauerte bis in die späten Abendstunden. Dabei zieht sich Star-Anwalt Norbert Wess aus den Verhandlungen zurück, um jeden Anschein einer allfälligen Befangenheit zu vermeiden, da er in den vergangenen Jahren in seinem Zivilberuf den LASC vertreten hat. Ein Ergebnis gibt es nach langen Verhandlungen trotzdem nicht. Laut Presseaussendung wurde die Sitzung auf heute Nachmittag vertagt. Die Fußball-Bundesliga beschloss gestern, dass keine Verfahren gegen weitere Klubs der österreichischen Bundesliga eingeleitet werden, da es sich hier nur um Einzelfälle handelt. Auch sportlich lief es nicht viel besser für den LASC, der in seinem letzten Testspiel vor Meisterschaftsbeginn nicht über ein 0-0 gegen Tabellen-Schlusslicht-SKN St. Pölten hinauskommt. Die Austria Wien hingegen schlägt in der Generali-Arena den TSV Hartberg mit 1-0. Rapid Wien bestreitet heute um 17 Uhr gegen den SV Horn im Allianz-Stadion sein letztes und einziges Testspiel. Auf krone.at erfahren Sie das Ergebnis. Heute tagt auch die Klubkonferenz der Bundesliga, wo ganz nach dem Vorbild der deutschen Bundesliga mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit beschlossen wird, dass das Wechselkontingent aufgrund der Corona-Pandemie von drei auf fünf Wechsel pro Spiel aufgestockt wird. In der zweiten österreichischen Bundesliga wurde dies gestern schon beschlossen. Nun ist es bestätigt. Die Formel 1 bekommt ihre verschärfte Budget-Obergrenze. Das Kostenlimit ist gestern vom Motorsport-Weltrad für das kommende Jahr abgesegnet worden. Die Grenze pro Rennstall liegt 2021 bei 133 Millionen Euro, 2022 sinkt das Limit auf 128 Millionen Euro und ab 2023 soll es nur mehr bei 123 Millionen Euro liegen. Die Fahrergehälter fallen nicht unter das Limit. Die einst beschlossene Obergrenze von 160 Millionen Euro pro Team und Jahr wurden aufgrund der Corona-Krise, die auch in der Formel 1 zu einem Umdenken geführt hat, noch einmal gesenkt. Vor allem Ferrari hatte sich zuletzt gegen eine Senkung der Ausgabengrenze ausgesprochen. Das waren unsere heutigen Schlagzeilen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag und bis zum nächsten Mal im KRONE.at Sportstudio.